Salve Hete Spectatores, Willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Werkzeug Shoppen. Ich wollte halt nicht schon vor zehn Minuten anfangen zu drehen, aber es ging nicht, weil es hat geregnet und ich habe hier oben Trapezbleche oben drauf. Da hätte man mich nicht verstehen können. Steht die Kamera gerade? Egal. Ja, da wollte ich schon vor zehn Minuten anfangen zu drehen, nun mache ich es jetzt. Welch intelligentes Intro ich gerade gedreht habe, ganz klar. Jedenfalls soll es heute um die Filiga Premium Black Filter gehen. Die roten habe ich ja bereits vorgestellt. Da ich die zu diesem Zeitpunkt noch nicht hochgeladen habe, kann ich auch noch nicht sagen, wie es verlaufen ist. Aber ich denke mal, das wird ein interessantes Video, weil mich interessieren die Produkte sehr. Wenn ihr mal sehen wollt, was ich mir alles netterweise zur Verfügung gestellt habe, dann guckt doch am besten das Video von der Filiga Krumme. Von der Filiga Krumme. Von den Rylos White und von den Rylos Red. Die sind jetzt schon hochgeladen. Ne Quatsch. Rylos White und Rylos White. Das hier sind Rollos. Die werde ich gleich abdrehen im nächsten Video. Ja, ich finde diese beiden Krumme sehr spannend. Die roten habe ich schon gedreht. Ich sage jetzt nichts, wie ich die gefunden habe, sonst braucht ihr euch das ja nicht mehr anzugucken. Jedenfalls die Filiga Premium Black Filter sind natürlich auch tödlich, wenn man sie raucht. In dieser Schachtel hier sind 20 Zigarren drin. Die kosten 6,50 Euro. Das ist ein Stückpreis von 32,5 Cent pro Stück. Also ungefähr genauso teuer wie die ganzen konventionelle Schachtel Zigaretten. Hergestellt von Filiger und Söhne aus der Schweiz, die sich 1888 gegründet haben. Es sind Small Filter Zigaretten. Also kleine Filter Zigaretten oder Schwarzfiller. Ich glaube, ich mache noch mal kurz Pause. Es hat immer noch nicht aufgehört zu regnen. Die Packung ist eingeschweißt in Folie. Mich nervt das schon wieder. So sieht es halt ohne Packung aus. Ich richte nur nach Tabak. Ich habe gerade noch mal, weil ich mich jetzt wieder nicht reden konnte, eine von den roten geraucht. Van der Hole. Toll eingepackt, sieht richtig schön aus. Ja, ein mir bekannt vorkommendes Design. So sehen sie aus. Ihr könnt mal in die Kommentare schauen, ob euch dieses Design aus einem meiner Videos auch bekannt vorkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das gleiche Produkt ist mit einer anderen Banderole oder mit einem anderen Namen. Das habe ich nicht recherchiert. Riecht jedenfalls angenehm nach Tabak. Das Mundstück ist leicht gesüßt. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich es nicht gelesen hätte. Sehr leichter Zugwiderstand. Die Einlage soll übrigens ein Pfeifen-Tabak sein. Das Deckblatt kommt aus Indonesien. Lässt sich, wie gesagt, leicht ziehen. Die Zigarre, der Zigarrello, ist 90 Millimeter, 9 Zentimeter lang. 8 bis 9 Millimeter dick. Also so dick wie eine konventionelle Zigarette. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Der Tabak ist sehr locker gewickelt, glaube ich. Das fühlt sich zumindest so an. Im Moment schmeckt ein bisschen sehr nach Filter. Also auf die richtige Seite angezündet. Das ist ein leichter Tabakgeschmack. Ich hätte gedacht, die werden stärker am Geschmack. Das ist nur ein leichter Geschmack. Leicht süßig durch das gesüßte Mundstück. Das kann man aber rauchen. Aber mir sind sie persönlich zu mild. Also die roten, die Red-Felder, die sind stärker am Tabakgeschmack als die Black-Felder, meiner Meinung nach. Das wundert mich wirklich. Also Blue-Felder hätte besser gepasst, vom Namen her. Ich habe vom Geschmack her. Ich finde, es ist ein schöner Zigarrello für Umsteiger von Zigarette auf Zigarrello. Das Preisniveau ist, wie gesagt, das gleiche. Also ein schöner Einsteiger-Zigarrello, muss ich wirklich sagen. Weil durch sein leichtes Aroma ist er auch für Anfänger geeignet oder auch für die Damenwelt. Ja, ein toller Alltags-Zigarrello kann man beim Shoppen gehen rauchen, beim Kaffeetrinken gehen, einmal rauchen. Noch abends beim Fußball oder beim Filme gucken. Und es hört und hört nicht auf zu regnen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ich hätte es mal hochladen, sonst muss ich halt normal drehen, das Video. Lässt sich sauber abaschen, Aschen fällt in den Aschenböcher, Glubblatt und Stängel. Einige finden solche Regenkropfen ja entspannend. Ich mache auch wohl entspannen sein in so einem Video, oder als ASMA-Video. Ich finde es einfach nur nervig. Aber hier nimmt das Seine. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Regenkropfen-Videos findet. Ob ihr das störend findet bei Zigarrello-Tests, ob ihr das entstanden findet. Ja, wenn ich so ein Restaurations-ASMA-Video finde, würden mich solche, oder haben mich diese Regenkropfen nicht gestört. Ich habe auch schon mal hier Werkzeuge restauriert, da hat es auch gerechnet, die Sau. Aber gut, kann man nicht ändern, wenn man in einer Nordseeklöse wohnt. Das Seifige vom Anfang ist weg. Ein angenehmer, milder Zigarrello. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wer von euch alles Zigarrellos raucht. Ich würde mich interessieren, wer auch unter 30 Zigarrellos raucht. Zwei nette Jungs haben mir geschrieben, dass sie zusammen gerne Zigarrellos rauchen mit 22 Jahren. Auch dabei gerne einen trinken. Finde ich gut. Kann ich nur empfehlen. Also ich empfehle natürlich nicht zu rauchen und empfehle auch nicht zu trinken, weil es ungesund natürlich ist. Aber gut. Es gibt viele Sachen, die tödlich sind, die man trotzdem macht. Motorrad fahren. Und so weiter und so fort. Jetzt zieht es wie Sau. Ach, egal. Ein angenehmer Zigarrellos. Ich denke auch, man könnte nicht auf Lunge rauchen, wenn man es mag und möchte. Ich mag es nicht und ich möchte es auch nicht. Darum packe ich Zigarrellos immer. Aber dieser ist auch durch seine starke Milde auch für auf Lungenraucher geeignet. Hatte mich heute Morgen oder gestern Nachmittag ein nettes Kommentar ereilt, dass jemand gerne Zigarrellos raucht, aber Alcarpon auch auf Lunge. Was habe ich denn auch jetzt vergessen zu erzählen? Die hießen ehemals Felica Sweets. Übrigens ein Naturdeckblatt aus Ecuador. Je nachdem, wo man die Quelle mal liest, Ecuador oder Indonesien, ist ja auch quasi fast der gleiche, liegt ja fast nebenan. Äh, ja, Ringmaß von 24 haben sie. Das habe ich noch vergessen zu erzählen. Ja. Ich kann mir das nicht alles merken, die sämtlichen technischen Daten zu Zigarrellos. Darum muss ich mir die immer aufschreiben. Und hab dann immer so einen Spickzettel neben mir liegen. Wenn ich Zigarrellos gesponsert bekomme, dann bereite ich mich darauf vor. Wenn ich mir was selber kaufe, dann brauche ich auch keine Währung für die Firma machen und die ganzen Daten alle auswendig lernen. Also, weil Firma Felica so freundlich war und der liebe Felix, Grüße gehen raus an euch. Um mir diese doch hochpreisigen Zigarrellos zur Verfügung zu stellen, bereite ich mich auch ordentlich auf meine Sendung vor. Tolle Produkte verdienen tolle Videos, zumindest so toll wie ich sie hier drehen kann. Kann man natürlich besser machen, aber auch schlechter finde ich. So, ich mach das jetzt seit anderthalb Jahren so. Bislang hat sich doch keiner beschwert. Ja. Ich finde es ein tolles Produkt, es ist ein interessantes Produkt, kann ich nur empfehlen. Die könnte ich auch empfehlen, wenn ich sie selber bezahlt hätte. Ihr kennt mich, ich bin ein ehrlicher, authentischer Mensch. Und meine Ehrlichkeit und meine Authentizität wird auch nicht dadurch getrübt, wenn man mir irgendwas zur Verfügung stellt oder sponsert. Also, ich sage, wenn die Scheiße schmecken würde, würde ich auch Scheiße sagen. Oder so ehrlich bin ich dann auch. Äh, und ich denke auch das Thema Villiger möchte, dass ich ehrlich bin. Ja, wenn ich schon gerade bei Empfehlungen bin und Wahrheit sagen, folgt mir auf Instagram und Twitter. Atromantgarage.com.t Thema Villiger aus der Schweiz ist dort auch betreten, könnt ihr auch gerne mal gucken. Die freuen sich auch immer, wenn man liken, wenn man Abo. Guckt auch mal auf ihren Homepage, VilligerCigars.com vorbei. Villiger, die haben eine riesen Bandbreite an tollen Produkten. Kann ich nur empfehlen. Pfeife haben sie leider nicht, aber Zigarren kann ich nur empfehlen. Guckt auch gerne meine anderen Videos von der Original-Krumme. Villiger und White sind jetzt draußen. Gleich werden das Villiger und Blond gedreht. Ja, und dann kann ich wieder Videoschneiden für mich. Rauchdauer ungefähr 10-12 Minuten, sag ich mal. Je nach Geschmack, je nach Geschmackssituation und Raufertyp. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, bedanke mich auch für die Firma Villiger, fürs zur Verfügung stellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich werde jetzt noch das Villiger-Blond-Video drehen. So, vielen Dank, tschüss, ciao, euer Roman. Like da lassen und Abo da lassen, nicht vergessen, ciao. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020